Ich habe letztlich gegessen. Und Garo, schmeckt dir? Du musst gesehen, wie der eine bewirkt hat. Da war mir alles klar. Ja, das kann ich in Deutsch schon wissen. Ja, kennst du? Ja, schon ähnlich, oder? Dreckung, oder? Ja. Und auf die Chilis muss ja dann auch alles transportiert werden, ja? Da wächst ja bestimmt gar nichts, oder? Genau, ja. Also das muss ja auf der Insel gekauft, ja. Und dann befördert auf die Chilis hier. Ja, deswegen ist alles dort ein bisschen teurer, ja. Ja, bei uns genauso, wenn es auf der Insel ist, irgendwo ist auch alles teurer. Und deswegen sind auch die Kanarischen Inseln, die sind sehr, sehr teuer, wenn man Urlaub machen kann. Weil die haben ja außer Tomaten wächst da auch nichts. Das heißt, es muss schon in Afrika, also, oder von Spanien. Ich glaube, in Spanien, ja, ja. Ich glaube, die bringen sie von Spanien rüber. Also nicht von Afrika, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Okay. Weil sie doch schon sehr europäisch auch ist. Ach so, ja. Aber da machen viele Deutschen auch dort Urlaub, nicht? Ja, ja. Wir waren auch schon mal dort. Oh, ja. Da gibt es so schöne, ganz kleine Kartoffeln, haben sie noch so ganz kleine Verschrumpelte. Mhm. Und, ja, da haben wir jeden Tag die kleinen Kartoffeln gegessen, immer mit frischen gegrüchten Fischern. Und dann kannst du es auch nicht mehr essen, wenn die sie hinterlassen. Ja. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das für kleines Braunes, was Sie immer so verkaufen? Was haben hier so kleine Faune? Ah, die hier? Ja, die hier. So traditionelles Essen, also für Bananen, also Mehl, also Reis und Bananen drin, also gekocht. Das nennen wir Bantal oder Bananen, also speziell, also von dem Ort her. Okay. Willst du probieren? Dann können wir dann auch ein bisschen was kaufen, ne? Ich hab Angst. Warum? Warum Angst, ne? Ich hab's nicht vertragen. Nein, das ist nicht scharf, ne? Ich guck nochmal, dass wir vielleicht ein paar kaufen können. Eins, nicht ein paar. Und das ist typisch für diese Ecke hier oder gibt's das überall? Äh, auf diese Ecke, ja. Also im Osten, ja. Im Osten. Ja. Traditioneller Kuchen, sowas, ne? Und das hier zum Beispiel sein schönes Haus. Wo? Wo? Oh. So ein Geschäft oder sowas, ne? Wo ein Geschäft? Also Universität, ja? Das war da hier, Universität zum Beispiel. Auch nicht so ganz fertig gebaut. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020